Ihr wundervoll hübschen Menschen da draußen an den YouTube-Empfangsgeräten, es wird wieder Zeit für eine neue, wahnsinnige, aufreibende Folge von Dead Island 2. Und wir sind unterwegs ins Hotel, denn da gibt es ja wohl wichtige Sachen für uns zu klären und zu regeln. Vor allem müssen wir sagen, wir sind immun. Ja, wir sind immun, natürlich. Aber warte mal. Hier ist was los. Die zünde ich alle an. Moment. Zünde die doch alle mal an. Ich bleib mal hier stehen. Moment. Ich komme mal mit meinem Reibstoff. Hier ist Wasser drin. Das ist ja doof. Uh. Hoppala. Oh. Oh, hier hinten sucht noch einer in den Mülltonnen. So, gell? Du bist hier für die Zimmer zuständig, hier in den Mülltonnen rumwühlen. Oh, da war's. Warum brennt der nicht? Das ist meine geile Rohrzange. Das weiß ich nicht. Genau, die coole Rohrzange, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Mit den Spitzen dran. So, du bist hier hinten irgendwo? Ja, die haben ja alle schon geplündert. Was? Bindi? Ja, ja. Aber Klopapier haben wir. Küchenrolle. So, was kam jetzt hier? Das Kochmesser kam hier raus. Oh. Ein Kochmesser. Aber auch das 89. Also ich habe tatsächlich... Ich habe wieder ein Rechen gefunden. Ich habe tatsächlich Sachen, die sind... Warum findest du immer so geile Sachen und ich nicht? Das ist ja verrückt. Eine Axt, okay. Das hat alles nix hier. Das ist alles doof. So, dann nehme ich das. Vielleicht... Hm. Ups. Was heißt denn? Ups? Ich habe aus Versehen die Rohrbombe geschmissen. Die Kotzbombe? Ja. Oh. Was sind das? Kinderbriefe. Wie süß. Oh. Oh. Warte, da kommen jetzt welche. Schau mal. Hier ist die Kotzbombe. Habe ich hier aus Versehen. Das ist schlecht. Oh nö, die reagieren nicht. Alles gut. Doch, doch. Da kommt doch einer, oder? Nö. Die sind tiefenentspannt. Mhm. Okay. Haben sie ein Gemetzel hier. Gehen wir nochmal Richtung... Ah, warte mal. Wir müssen die erstmal platt machen. Schnell hier. Die brauchen wir nicken. Der Herr Gea. Das war wieder klasse. Das war wieder so... Ah. Hier gibt es Klopapier für alle. Wieder Autobatterienhaufen. Na, servus. Du hast also hier wieder genug Autobatterien. Du lebst noch. Komm, wir gehen mal hier die Busse noch durch. Suche im Hotel nach Überlebenden. Ja, warte. Hier sind auch noch Koffer und... Achso, Brutinregel kann ich nicht. Tennisschläger, Zahnbürsten. Alles, was wir kaufen. Also hier können wir auf jeden Fall Strom reinschmeißen. Da kommt jemand auf die Suche. Also diese Zange finde ich total geil. Die ist nicht schlecht. Ich bin aber gerade ein bisschen außer Puste. Ach komm jetzt. Da ist ein wenig Leiter. Kannst du dich hinstellen? Geht der noch? Mhm. Der läuft ja. Wo läuft denn der hin? Oh, hier kommen zwei Typen. Dann finden sie da vielleicht ein Interesse. So, weg mit dir. Da ist ein bisschen Schießung drüber. Ist er hier? Komm. Jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier. Oh, vorsichtig hinter dir. Ich muss erst mal das drücken. Oh. Bleib so ruhig, bleib so ruhig. Wollte ich ja auf dich gerade drauf bauen, aber das ist okay. Da breche ich ja gleich hin. Ah, weg aus. Ah, weg aus. Irgendwo läuft hier eine Sirene. Die laufen überall hier. Oh, hier kommen ganz viele aus dem Bus rausgekrabbelt. Ist das der Partybus? Das ist mit Sicherheit der Partybus. Was wollt ihr denn? Also jetzt brauchen wir... Willst du den gießen? Was hat denn der da verloren? Das war jetzt nicht deine Absicht. Das glaube ich doch, dass das deine Absicht war. Die ist ausgewichen. Weg mit euch. Mensch, du. Gut, dass ich im Moonbindo gegen euch Idioten... Oh, dein Kiefer hängt ein bisschen runter, Neufeld. Das sieht ein bisschen schwierig aus. Ich bin gleich tot. Dann nimm schnell FF. Äh, haha. Äh, was? Ah, Avi, Anton. Uh. Ah. Ob sie gerettet. Dankeschön. Aber wo kommen denn die alle her, hier? Ja, weil du ja die blöde Alarmanlage anmachen musst, das fest. Oh, da kommen noch mehr. Immer ein bisschen außer Puste. Oh, ich auch. Haben wir wieder super gemacht, weißt du? Super. Wie machst du das mit dem Drauftreten? Das ist ja cool. Wenn die unten liegen, kannst du F machen. Also du kannst einen schweren Angriff machen und dann liegen die irgendwann unten. Dann brauchst du nur F drücken. Oh, wir kommen hier noch mehr oder so. Wir machen doch die ganze Stadt alleine platt hier. So. Müssen wir denn überhaupt? Wir gucken mal hier eben rum. Oh, hier ist noch ein Lüfter. Ach, wie schön. Ach, dürfen wir jetzt weiter gucken, ja? Ist das so? Jetzt dürfen wir ausnahmsweise mal weiter. Oh, will man dir die Petition hier unterschreiben, weißt du? Was denn? Ja. Gegen? Gegen Zombies, oder? Gegen Zombies, ja. Auf jeden Fall, das klingt gut. Ich bin dagegen, definitiv. Auf jeden Fall. So, wir bräuchten jetzt echt mal eine Werkbank langsam. Oh, ein, was ist denn das? Scharfkantiges? Nehme ich. Ein Scharfkantiges nimmst du? Nehme ich. Alle Scharfkantige nehme ich. Scharfkantige sind immer gute Sachen dabei. Scharfkantiges, das ist so der heißeste Shit. Oh, na, ist einer die Fresse, die kriegt. Oh, das haben wir ein bisschen geflungen. Etwas. So, komm, wir müssen weiter, sonst hat das hier... Warte mal, ne? Ja. Sonst nimmt das nie ein Ende, meinst du? Das nimmt nie ein Ende. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hört nicht mehr auf hier. Hey, da müssen wir lang. Hallo. Mein Gott. Schau mal, das war eine Brautunfer oder sowas. Ich muss das mal mit dem Ausweichen üben, denn dann kann man die großen Angriffe machen. Hm, Essen. Das ist gut. Essen tut der Seele gut. Wie isst denn du eigentlich? Na, automatisch, wenn man das aufnimmt. Ach so. Aber die, die du gesammelt hast, die Proteinregel, wie nimmt man die denn? Das weißt du gar nicht. Die kann man, glaube ich, gar nicht nehmen. Das ist ja auch doof, oder? Ja. Das kann man bestimmt irgendwie nehmen. Hier ist gar nichts. Ich brauche eine Gasflasche. Hätte ich eine Pistole, hätte ich jetzt drauf geschossen. Ganz ehrlich. Aber ich habe schon Munition gefunden. Also ich denke, das ist tatsächlich... Warte mal, in meinem Inventar habe ich bei Verbrauchsgegenstände Schrottpatronen gefunden. Also ich war mal bei dir in dein Inventar. Ja. Und oben bei Verbrauchsgegenstände, da habe ich vier Medipacks drinnen und fünf Schrottpatronen. Da habe ich leider nur ein Medikit drin, das letzte. Das ist voll das letzte. Warte mal, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal hier noch. Ich glaube, hier sind wir schon durch, oder? Also hier ist ein Proteinriegel, den ich noch nicht gegessen habe. Hm, iss bitte den Proteinriegel. Habe ich gemacht. Und ihr seht oben links, die Energie füllt sich langsam wieder auf. Ja. Ich hoffe ja, dass die da drinnen... Entschuldigung. Ich hoffe ja, dass die da drinnen eine Werkbank haben. Ja, ich hoffe auch. Wenn die da schon so toll sind. Guck mal, die kommen immer wieder neu, die Typen hier. Hallo. Ist ja furchtbar. Ich versteckte dein Kiesig. Los, komm, dann geh mal lieber rein hier. Das hilft nicht auf. Ich würde gerne meine super Waffe hier tatsächlich... Präparieren. Präparieren. Wir müssen auschecken. Nee, wir wollen einchecken. Oh, warte mal. Hier ist auch noch was. Aber da stehen ja schon wieder welche. Oh, da muss ich mal eine neue Waffe ausrüsten, warte. In Haken. Wir haben einen Haken. So, hast du Lust? Nee. Ich auch nicht. Okay, hier geht's mal richtig ab jetzt. Ja. Ja. Alter Schwede. Oh, oh. Ich bin gerade ein wenig gestolpert. Oh, nicht. Oh, hier brennt sie überall. Pass auf. Solange die da reinrennen, ist ja alles gut. Ok, ich bin gerade ein wenig gestolpert. Ja, wo kommt die Stimme hin? Ich weiß es nicht. Der braucht auf jeden Fall irgendwie Hilfe von uns. Die brauchen immer Hilfe von uns. Warum, was wollen denn die alle? Wir sollen doch selber uns irgendwie... Ja, aber echt. So, gehen wir mal hier hinten gucken. Was? Warte mal, Schließfachschlüssel. Den nehme ich mal mit. Hier gibt es Schließfächer, ganz viele. Todesspirale einsammeln. Oh, schau mal, wie schön. Schau mal hier durch. Da waren wir noch. Bitte, bitte Papi. So, Schließfächer hast du gesagt. Warte mal, ich muss mich mal hier hoch. Die sind an der Red Septon. Oh, die Scheine. Wo sind die Schließfächer? Ach, an der Red Septon. Wo hast denn du den Schlüssel gefunden? Das ist ein ganzer Schlüssel vorne auf dem Tisch. Da, wo du jetzt gerade bist. Ähm... Ich hoffe, der ist nicht. Verdammt. Geht aber auch nicht für alle. Ich habe gerade mal einen. Ich hatte wohl den auch schon gefunden. Nö, alles gut. Genau, der lag hier vorne. Okay, wohin? Ihr hinter? Ja, da liegt auch noch was. Jedenfalls ein Haufen Sprit. Hier sollten wir nicht... Das ist ein... Das ist ein... Hier ist ein Kleber. Das ist jetzt ein Fahrstuhlfachschacht, oder was? Das ist ein Technikschacht, irgendwas. Keine Ahnung. Da geht es aber auch nicht weiter. Oh, hier ist noch eine Kiste. Hä? Ein Streitkolben. Wo bist denn du? Ich habe einen Streitkolben gefunden. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Immer noch hier hinten. Oh, hier ist es nur da reingekommen. Einfach hinten am Aufzug vorbeilaufen. Geh hinten lang. Hier. Oh, schauk. Schauk, du bist an. Oh mein, ey. Wie geht es denn weiter? Oh mein, ich habe einen Streitkolben. 103 Schaden. Ich habe einen Vorschlag. Warte mal. 89 Schaden. Das muss ich mal recyceln. 89 Schaden. Da nehme ich mal dich. Mein Offiziersschwert ist so sinnlos. Das kannst du auch nicht upgraden. Den behalte ich mal lieber. Den Elektroquark auch. So. Was ist das? Ja, ja, ja. Den Sprit lass mal lieber hier stehen. So, wir sollen hier reingehen. Aber da hinten geht es auch noch weiter. Okay. Hier hinten? Ja. Oh, so. Hier geht es raus. Elektronikteile. Okay. Nee, hier geht es nicht raus. Die Tür kann man nicht öffnen. Na, Gott sei Dank. Ist ja auch nicht schlecht. Muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Ja. So, ich habe kein Medi-Pack mehr. Okay. Hauptschlüssel des Majors erforderlich. Das ist Major J.S. Booker. Ich habe wartet. Okay. What? Wahrscheinlich müssen wir doch doch diese Tür. Oh. Du hast also schon deinen Spaß, ja? Ich habe Major Booker gefunden. War der das? Das war der. Sind wir jetzt fertig? Ich habe den Schlüssel noch nicht. Ach so. Hallo? Aber warte mal, hier steht Folge Major Booker. Ich glaube, ich habe sie gerade getötet. Ähm. Ja, wohin? 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 Ja, also ich weiß ja nicht. Ich habe Major Booker. Folgen ist jetzt verwirrend, weil ich habe den, glaube ich, gerade umgebracht. Ja, ich habe 34 Meter. Also ich gehe davon aus, dass der hier unten irgendwo... Oh, oh. Äh. Inspiziere den Hotelpool. Nee. Hä? Ehrlich? Das ist eklig. Da will ich nicht reingehen. Wir werden wohl müssen. Hätte ich eine Batterie, könnte ich die da reinschmeißen. Dann hätten wir schon mal die halbe Sorge weg. Hm. Na ja, gut. Komm. Hä? Hä, 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 hä. Was war das? Ich weiß nicht. Ich will da aber nicht reingehen. Weil das blubbert auch so komisch. Ich glaube, das ist Säure, ne? Ja. Ich glaube, da sollten wir nicht rein. Ah, hier. Was? Wo? Hier muss man mal lesen. Ja, die Bezeichnung von der Säure. Mhm. Das ist ekelhaft. Pumpe. Heavy Duty Pump. Schwerlastpumpe. Okay. Die müssen wir wahrscheinlich irgendwie anschalten. Sonst wären wir das nicht inspizieren können. Das sehe ich auch so. Ach, hier bist du. Du bist so erschreckend. Hier gibt es Wasser. Es gibt nur Wasser. Da gibt es aber anscheinend irgendwas. Ah, da ist eine Werkbank da hinten. Ach, verdammt. Eine Registrierpässe. Wie kommen wir da hin? Wargeld. Ja, vielleicht hintenrum irgendwo. Was? Hier ist ein Zettel. Auf Nummer sicher. Oh, öffnen. Warte mal. Nur eine kurze Verwarnung. Heute sind offenbar ein paar Leichen wieder aufgewacht. Gerade als sie eine Runde im Pool schwimmen wollten. Okay. Ja, da gehen wir aber nicht rein, oder? Das überleben wir doch nicht. Also ich gehe da nicht rein. Da ist Säure drin. Das ist... Ich glaube nicht, dass das... Warte mal. Kann man das neutralisieren? Ich glaube nicht, dass das was für uns ist. Irgendwas kann man auf jeden Fall damit machen. Aha. Ach, das geht weg. Ach, es kommt dann aber gleich wieder. Okay. Aua, aua, aua. Oh, da drüben kannst du mal mit dem Wasser hier hinten das sauber machen, weil da ist ein Biobehälter. Ähm, ich habe das gerade weggeschmissen. Warte. Ach, schade eigentlich. Ich hole es wieder. Warte, warte. So, wo? Schau mal, da hinten. Da, wo die ganze Säure am Boden ist. Mhm. Weil da ist ein Biobehälter. Biobehälter, jawohl. Da ist wahrscheinlich... Gehe ich mal davon aus. Ein Gegenmittel drin. Das ist Gegenmittel drin. Oh. Schlüssel für Poolcontainer erforderlich. Na, ist feierklar. Tja, warte. Leute, was ist denn das für ein Fatsch? Die haben die Leute versetzt, ja. Sicherungskasten, also wir brauchen auch eine Sicherung. Okay. Hm. Hier ist noch ein Medi-Pack, wenn du noch eins brauchst. Oh, ja, ja, ja. Geht natürlich auch nichts auf. Da hinten steht einer an dem... Oh, jetzt wachen die ja alle auf. Ach du Scheiß. Die wachen alle auf. Was hast denn du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Oh, sie ist ausgerutscht. Hahaha. Das erinnert mich schon ein bisschen an... Kill Bill, oder? Mhm. Die Musik? Hälter Schwede. Du bist gleich tot. Ich auch. Deswegen sind die Medi-Packs jetzt checkies. Oh. 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 Okay, hat er aufgefressen? Wow. Weg. ich komme ich komme ich komme älter schwede ein katana bei mir ist eine keule glaubt mein spiel ist kaputt ja ja ich komme und von ihr da hinten ist die tür aufgegangen kommen warte ich möchte meinen katana warum kriegst du ein katana und ich bin eine blöde keule ich finde das so ließ schon mein katana anhältlich ja schön ich habe kein katana woher warte hier ist das tor aufgegangen da wird es doch irgendwo eine schlüsselkarte geben wahrscheinlich ein bis zwei bis fünf hier war ja auch die die wir müssen das unbedingt eine regierung habe ich gefunden vorteile schlachtereien so was kann ich denn noch machen mit meiner keule kann ich die upgraden die kann ich auch unter strom setzen siehst du jetzt hat verstärkung angeben hätten wir das das reparieren wir auch schnell die auch die axt natürlich auch dich auch so kann ich den upgraden nahkampfpredator ist schon kann blutungsschaden machen okay das scheint schon hier kann man auch noch was machen erhöht die haltbarkeit und kraft verringert die angriffsgeschwindigkeit erhöht den schaden verringert dafür die haltbarkeit ja 143 siehste das ist cool wo haben wir das hier auch noch irgendwas ne hier können wir nichts machen diese coole rohrzange auch nichts machen der vorschlaghammer auch nicht okay muss hier mal ein bisschen was wegrecyceln der baseballschläger ist auch nicht so das gelbe vom ei ich habe auf jeden fall eine stromkeule immerhin und ein dolch gefunden ach so die batterie hilft uns erstmal nicht weiter oder brauchen wir die da hinten für irgendwas hast du da irgendwas gesehen nö nö so da unten haben wir noch ein bisschen schrott raddraht ein wasserkanister nee das geht nicht so so mein katana ist auch auf auf elektro so dann werde ich hier nochmal schnell ein paar waffen wechseln und zwar das ding nochmal da hin kommst da hin den muss ich recyceln hier das ist eine 44er axt da oben habe ich eine 89er axt die kann weg andere kann auch weg der schraubenschlüssel der kann auch weg der durch ist bestimmt interessant so jetzt vorschlaghammer das teil das hat strom und die dinge haben auch strom ja cool ja sehr schön so aber was mir immer noch fehlt ist die schlusskarte tatsächlich ja oh was ist da jetzt rausgekommen ein buchstab ein buchstab was du immer kriegst ja ja warte mal da muss ich jetzt glatt wieder was recyceln weil der hat 89 ja und ich habe ja da immer noch welche mit 60 drin und so und kack ach was kann ich denn eigentlich mit dem messer machen kann ich das auch upgraden ne noch oder ne das nur hochwirks dann schaden von 62 dann schaue ich mal schnell ob ich den buchstab auch mit dem was machen kann ok 50 geschwindigkeit 1 ok ok ihr lieben wir untersuchen die region weiter und ihr lasst in der zwischenzeit weil wir brauchen natürlich immer noch die keycard ohne die kommen wir ja nirgendwo hin richtig und die suchen wir weiter in der nächsten folge bitte lasst ein like und ein abo da und wenn ihr bock habt kommentiert die ganze geschichte auch das würde uns sehr freuen gerne gerne genau wir freuen uns über jeden kommentar genau so ist es tschüss tschüss tschüss